Fünf Wochen, fünf Specials. Der erste Advent ist vorbei, der zweite Advent vorbei. Du denkst dir, Wahnsinn, was schon alles passiert ist. Ein Gospel-Konzert, eine gewaltige Auftakt-Celebration. Das Musical war am dritten Advent da und dann hört es mit dem Schmankerl nicht auf. Am vierten Advent haben wir eine gewaltige Eigenproduktion am Start mit vier Geschichten von vier Personen, wie sie erzählen, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Zusammen mit Theater, mit Multimedia, Filmeinspielern und einer knackigen Predigt von meiner Seite wird es ein unvergesslicher Gottesdienst werden. Du hast wieder vier Möglichkeiten, 9.30 Uhr, 11.00 Uhr, 17.00 Uhr oder 18.30 Uhr am Start zu sein. Es ist wichtig, dass du bei Gratistickets schaust, ob du dir Plätze reservieren möchtest. Du kannst natürlich auch wie immer spontan vorbeischauen, aber im Extremfall könnte es sein, dass ein Gottesdienst voll ist, auch hinten den Overflow-Bereich voll ist und dann müssen wir aus sicherheitstechnischen Gründen schließen. Deswegen empfehle ich dir, hol dir dein Gratisticket, reservier deinen Platz, komm halbe Stunde vorher vorbei spätestens und hol dir deine Platzkarte ab. Ich freue mich sehr auf diesen vierten Advent zusammen mit dir, deinen Freunden und Bekannten. Bis dann.